Schon früh habe ich gemerkt, dass ich anders ticke. War schon klar, wie man über solche wie mich denkt. Krank, pervers, abschaum. Dachte ich ja auch, dabei habe ich meine Fantasien noch nie ausgelebt. Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung. Aber jeder verantwortlich für sein Verhalten. Ich will kein Täter werden. Präventive Therapie verhindert sexuellen Kindesmissbrauch. Präventive Therapie